Telc-Schülerprüfungen gibt es in Englisch, Französisch, Spanisch, aber auch in Türkisch und Polnisch. Wir wissen alle, dass Englisch eine Weltsprache ist, dass Sie sich damit auf der ganzen Welt verständigen können und dafür einen ersten Schritt gemacht haben. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Für uns als Volkshochschule, als Bildungsträger ist es sehr wichtig, dass wir in unserem Kursangebot certifizierte Abschlussprüfungen anbieten können. Wer kein Englisch hat, hat auch keine Chancen hochgeben, deswegen. Als europaweit tätische Firma ist uns sehr wichtig, dass unsere Leute verschiedene Sprachen können und ganz besonders Englisch, damit sie sich verständigen können im Ausland. Im Rahmen der Schulpartnerschaften generieren wir Praktikumsplätze für unsere Schülerinnen und Schüler. Sie sind dort in internationalen Firmen tätig, wo in der Regel die Verständigungssprache Englisch ist. Dazu hilft zum einen das TELC-Sprachenzertifikat, zum anderen ist es eine zusätzliche Attraktivität für unsere Schule, wenn wir dieses Angebot machen können, unsere Schüler ins Ausland zu schicken. Viele Schüler haben den Wunsch, später im Ausland mal zu studieren und da ist es natürlich eine Voraussetzung, so eine Qualifikation zu haben. Als Volkshochschule möchten wir auch wettbewerbsfähig sein und mit einem europäischen Sprachenzertifikat von der TELC können wir als Volkshochschule auch Europa erobern. Also ich will Fluglose werden und da braucht man gute Englischkenntnisse. In der beruflichen Bildung spielt es eine große Rolle, ob ich über Sprachkompetenz verfüge und die auch nachweisen kann. Insbesondere wenn es um die Übergänge Schule, Beruf oder Erwerbstätigkeit, Neuerwerbstätigkeit, Karriereplanung und ähnliches geht. Die TELC-Prüfungen sind mittlerweile auch bekannt, sodass die Lernenden nachfragen, ob sie ein Sprachenzertifikat erwerben. TELC ist interessant, wenn man sich bewerben möchte. Es motiviert Schüler. Ich finde, das Zertifikat ist wichtig, weil es mehr Eindruck findet als einfach nur eine gute Englischnote. Ich mache es für meine Zukunft. Die Fremdsprachenzertifikate der TELC GmbH richten sich alle in den Niveaustufen, also im Schwierigkeitsgrad, nach dem europäischen Referenzrahmen. Das bedeutet, dass die Fremdsprachenzertifikate europaweit gültig sind. Das bedeutet, dass die Fremdsprachenzertifikate am bestenhaus wird. Vielen Dank.